Hallo, mein Name ist Cosima Lange und ich bin hier eingeladen als Regisseurin und auch als Jurymitglied und freue mich sehr hier in Nancy zu sein. Ich habe eine wunderschöne Zeit hier gehabt, fünf Tage sind es jetzt insgesamt gewesen. Und sehr, sehr schön war es hier Hello, I'm David zu präsentieren. Das ist mein Dokumentarfilm, der im Januar seinen Kinostart hatte in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich und jetzt hier auf dem Filmfestival in Nancy die Frankreich Premiere hatte. Und das waren zwei sehr, sehr schöne Screenings gewesen und ich habe mich auch sehr gefreut, dass die Leute unglaublich interessiert waren, viele Fragen gestellt haben und wir einfach in so ein schönes Publikumsgespräch gekommen sind. Ja, das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung und wer weiß, vielleicht wird ja auch Frankreich auf den Film aufmerksam und vielleicht gibt es dann ja sogar hier noch über das Festival mehr Möglichkeiten, dass der Film hier noch weitere Aufführungen in Frankreich hat. Und ansonsten hatte ich hier eine ganz, ganz schöne Zeit als Jurymitglied. Wir haben insgesamt uns neun Filme angeschaut. Ich habe noch zwei andere Kollegen gehabt, die hier in meiner Jury sind und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Auswahl gewesen, die das Festival aus, ja, zusammengestellt hat im Prinzip, denn die Themen waren sehr unterschiedlich, wobei man schon sagen kann, dass sie auch eine gemeinsame Tendenz hatten, eine thematische Verknüpfung, denn eigentlich ging es im Großen und Ganzen, kann man sagen, um Grenzen und zwar um die sichtbaren Grenzen. Und das war wirklich eine Freude, in diese Welt einzutauchen, die uns die Filmemacher dargeboten haben. Teilweise war es auch sehr schwer und bedrückend, weil es eben sehr schwere Themen waren, ganz klar natürlich auch Filme über die Flüchtlingsthematik und andere gravierende Themen. Aber genau das ist ja wichtig. Das muss Dokumentarfilm tun, über diese Menschen zu berichten und solche Themen anzupacken. Und ich glaube, da haben wir auch einen sehr großartigen Film jetzt gekrönt, der den Grand Prix gewinnen wird. Hier in Nancy habe ich mich unglaublich wohl gefühlt. Auf dem Filmfestival war alles so unglaublich herzlich wahr. Es hat schon angefangen mit der Begrüßung in Basel. Wir wurden abgeholt im Auto hergefahren. Ich habe hier die schöne Gegend erkunden können und hatte einfach ein wirklich ganz warmes Gefühl hier und habe mich unglaublich willkommen gefühlt. Und hier jetzt ist der letzte Abend. Ich sitze hier unter dem Baum. Das ist hier ja so das, wie soll ich sagen, der Festivalplatz, wo sich die Menschen begegnen können, unterhalten können. Und das ist auch wirklich ein ganz, ganz schöner Treffpunkt für alle Filmbegeisterte, sich hier zu begegnen und auszutauschen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für, ja, für die schöne Zeit hier, die ich haben durfte, für die Einladung hier nach Nancy zu kommen. Und ich bin mir sicher, dass, wenn noch mal eine Einladung kommen sollte, ich auch wieder der sehr, sehr gerne folgen werde. Ja, zum Schluss möchte ich mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei dem Festival, bei dem tollen Team, was hier zusammenarbeitet und so eine unglaublich schöne Filmauswahl geschaffen hat und so eine unglaublich schöne Atmosphäre kreiert hat. Vielen, vielen Dank an das Nancy Filmfestival und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Au revoir!